Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Peruanische Gastronomie, Rezept für trockene Bohnen aus dem Norden. Ein Genuss für den Gaumen. Fangen wir an. Wenn wir über die peruanische Gastronomie sprechen, sprechen wir über kulinarische Kunstwerke, denen niemand widerstehen kann. El Sico a la Nortena ist eines der Meisterwerke der Gastronomie des schönen Perus, da es aufgrund seines unbestreitbar köstlichen Geschmacks zu den erlesensten Speisen des Landes zählt, was auch daran zu erkennen ist, wie beliebt und konsumiert dieses Gericht ist. Sico-Eintopf ist ein Gericht arabischen Ursprungs, dessen Ursprünge bis in die Zeit der spanischen Kolonie zurückreichen. Die Spanier waren dafür verantwortlich, die Ziege in dieses Rezept einzuführen, zudem einheimische peruanische Zutaten wie Chicha de Jora, Kürbisloche, Chilischoten und andere hinzugefügt wurden. Das trockene Nordfleisch ist im Norden des Landes weit verbreitet, wo es in Provinzen wie Piura und Lambayeque auf traditionelle Weise zubereitet wird, daher der Name Nortena. Dieses Gericht reicht bis an die peruanische Küste. Zutaten für den Seco Norteno Vier Stück Rindfleisch Eins große Zwiebel Ein Esslöffel gehackter Knoblauch Zwei Esslöffel gemahlene gelbe Chili Zwei Esslöffel spezielles gemahlenes Chili, Panka Eine halbe Tasse gemahlener Koriander Ein Kredit Kreuzkümmel Salz nach Geschmack Ein halber Credit Pepper 120 Gramm geriebener Locherkürbis Pfeffer Öl Zutaten für die Bohnen 500 Gramm kanarische Bohnen Eine Chorizo 150 Gramm Speck Ein Esslöffel gewürfelte Zwiebel Eine Tomate, gewürfelt Ein Esslöffel Oregano Zwei gemahlene Knoblauchzehen Ein Esslöffel Pfeffer Pflanzenöl nach Bedarf Salz nach Geschmack Zubereitung des Northern Dry Eins in einen Topf geben wir einen Spritzer Öl und lassen es erhitzen Zwei sobald es heiß ist, die fein gehackte Zwiebel hinzufügen und kochen lassen, bis sie transparent wird Drei als nächstes fügen wir ein Esslöffel gemahlenen Knoblauch hinzu und braten ihn zwei Minuten lang Vier nun fügen wir zwei Esslöffel gemahlenes gelbes Chili und zwei Esslöffel Panker Spezial Chili hinzu, beides ohne Gewürze, und lassen es vier Minuten lang braten Fünf nach vier Minuten fügen wir eine halbe Tasse gemahlenen Koriander hinzu und lassen es zwei Minuten kochen Sechs nach zwei Minuten würzen wir mit einem halben Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Kreuzkümmel und einer Prise Salz, um ihm Geschmack zu verleihen, und lassen es weitere vier Minuten bei mittlerer bis niedriger Hitze kochen Sieben Es ist Zeit, unser Rindfleisch und den geriebenen Locherkürbis hinzuzufügen und zu vermischen, um die Zutaten zu vermischen Acht Jetzt fügen wir eine halbe Tasse Wasser hinzu und lassen es 35 Minuten lang bei mittlerer bis niedriger Hitze kochen Neun Nach den ersten 15 Minuten prüfen wir, ob das Salz richtig ist, und lassen es die restlichen 20 Minuten kochen Zehn Wir schalten die Küche aus Elf Wir können unser Fleisch marinieren lassen und es mit Pfeffer, Salz und einer halben Tasse Chicha de Jura würzen Anstatt Wasser in den Topf zu geben, verwenden wir den Brei und fügen bei Bedarf etwas Wasser hinzu Zubereitung peruanischer Canario-Bohnen Eins Wir lassen die Bohnen vor der Zubereitung acht Stunden oder einen Tag lang einweichen, dann waschen und abseihen Zwei In einen großen Topf geben wir die Bohnen, bedecken sie mit Wasser und kochen sie bei starker Hitze 20 Minuten lang Es ist wichtig, den Schaum zu entfernen, der sich beim Kochen bildet Drei nach 20 kochen wir bei schwacher Hitze weiter Vier Jetzt wechseln wir das Wasser, das gelb geworden ist, und erhöhen die Hitze auf eine hohe Stufe Fünf Wir schneiden die Chorizo in Scheiben, den Speck in Quadrate, geben sie in den Bohnentopf und lassen ihn weitere 30 Minuten kochen Es ist wichtig, den Topf ständig zu bewegen, damit er nicht am Topf kleben bleibt Sechs In eine Bratpfanne geben wir einen Schuss Öl, die gewürfelte Zwiebel, die Tomate und den Knoblauch, braten alles an, geben es dann in den Bohnentopf und lassen es weitere 15 Minuten kochen Sieben Wir passen das Salz an und von nun an ist es wichtig zu prüfen, ob die Bohnen bereits gekocht oder weich sind Wenn ja, nehmen wir sie vom Herd, fügen den Oregano hinzu und decken den Topf ab Acht Um die Bohnen cremiger zu machen, nehmen wir eine Tasse Bohnen, pürieren sie und geben sie in den Topf, um dem Geschmack eine größere Konsistenz zu verleihen Jetzt geht es ans Anrichten, wir servieren eine Portion gekochten Reis, kanarische Bohnen und obendrauf geben wir unseren trockenen Nordstil mit einem Stück pro Teller dazu Fertig, ein Gaumenschmaus Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram